und jetzt ist neues kapitel wieder dran also temporäre korrosionsschutz trockenmittelmittel das ist die überschrift die wir haben kurz zusammengefasst hey reduziere ich die luftfeuchtigkeit auf unter 40 prozent dann sollte die korrosionswahrscheinlichkeit relativ gering sein weil die korrosionsgeschwindigkeit einfach so maß reduziert wird wo ich für meinen einsatzzweck zumindest mal temporär keine probleme zu erwarten habe wie macht man es haben sie auch gelernt man nimmt katzenstreu aluminiumsilikate oder andere innerte materialien die sehr stark wasserdampf aufnehmen können um das jetzt in irgendeiner form zu rächen gibt es die trockenmittel einheiten und sie werden beim nächsten schuhe einkauf sich an mich erinnern weil sie sagen ah guck mal da ist eine trockenmittel einheit mit dabei und vielleicht steht auch drin wie viel trockenmittel drin ist eine thema ich kann nämlich sechs gramm wasserdampf aufnehmen auch das haben sie sich gemerkt gut und das ist nicht nur mit korrosion zu tun hat sondern auch mit non food bereich eben mit zum beispiel schimmel was für textilen oder aber leder oder andere waren eben dass das eben ganz ganz cool ist solche trockenmittel einheiten einzusetzen super jetzt muss man ein kleines bisschen aufpassen war es das denn schon also ich habe mein produkt ich packer das ganze in einen in einen beutel aus polyethylene pack mein trockenmittel rein das kann ich vorher ausrechnen wie viel wie hoch der wasserdampfgehalt in der luft ist dann ich kenne das volumen von meinem beutel unter umständen wenn ich das produkt kenne und dann kann ich ausrechnen es gibt noch mal eine kleinigkeit die man beachten muss denn der kunststoffbeutel aus polyethylen und sie erinnern sich daran an die anderen vorlesungen es gab unterschiedliche polyethylen ist nicht gleich polyethylen hdpe ldpe und so weiter was es da alles gibt ja die haben gewisse wasserdampfdurchschlässigkeit das liegt einfach daran und das ist so ein bisschen in dieser folie dargestellt wenn ich zum beispiel außen eine hohe luftfeuchtigkeit habe in dem fall mal 90 prozent relative luftfeuchtigkeit das kann passieren in einem heißen sommer tag wenn es wirklich richtig geregnet hat die luft ist abgekühlt und wenn ich so eine hohe luftfeuchtigkeit habe oder wir reden nicht über europa oder über andere länder wo man hohe luftfeuchtigkeit hat und ich schaue mir meine verpackung an mit 20 grad und auch 30 prozent relative luftfeuchtigkeit weil es halt eben runtergetrocknet wurde und das heißt ich habe dann tatsächlich das kann man ausrechnen oder man kann es nachschauen 5,2 gramm wasserdampf pro kubikmeter pro luft dann wird eben durch diesen unterschiedlichen wasserdampfdruck wird eben wasser in diese folie gepumpt ja das ist ein druckgefälle und ja das heißt aber eigentlich die vorher berechnete menge trockenmittel reicht gar nicht aus je nachdem wie lange ich das liegen lässt weil wasserdampf dazu kommt da hat man sich etwas einfallen lassen und zwar verschiedene möglichkeiten also erstmal hat man sich überlegt kann ich das material denn ändern das ist einfach mal in diesem beispiel die wasserdampfdurchdächtigkeit ist so eine folie bei der man am liebsten laut schreien vom hof laufen möchte aber die ist wirklich cool ich kann es ihnen versprechen auf der x-achse das gucken wir uns mal an ist die foliendicke dargestellt ja ich komme unten im reichland man sieht sowieso man hat 10 µ 15 µ bis zu 1000 µ sie wissen 1000 µ ist so 1 mm 100 µ ist so eine harte ist genau hier in der mitte und das soll die foliendicke sein und da hat man die wasserdampfdurchdächtigkeit mal gemessen sie können also die wasserdampfdurchdächtigkeit reduzieren die in diese unterschiedlichen materialien einsetzen man hat das gemessen und hat gesagt naja was messen wir wir messen einfach mal wie viel gramm wasserdampf pro kubikmeter pro tag durchgeht durch die folie natürlich muss man auch immer sagen was sind denn das für bedingungen die stehen hier an der seite bei 23 grad und 85 prozent relative luftfeuchtigkeit da gibt es also eine genormte prüfung das kann man hier oben auch so ein bisschen sehen 53 122 darum wenn man sich die wasserdampfdurchdurchdächtigkeit unterschiedliche materiale miteinander vergleicht und man bedient mal hier google oder das netz muss man immer aufpassen unter welchen bedingungen wurden denn diese parameter ermittelt und welches polyethylen hast du eingesetzt also was ich einfach sagen muss das hier ist sind nur so pi mal daumen grenzwerte die man hier so ermittelt hat wasserdampfdurchdurchdächtigkeit ja also wenn man unterschiedliche literaturwerte miteinander vergleichen muss muss man aufpassen was gleiche material waren es die gleichen versuchsbedingungen aber so die absoluten tendenzen hier die stimmen natürlich schon also in dem rechten bild finden sie so ein zu den einzelnen kurven hier einzelne acetat volle steht da findet man die entsprechenden namen ja was haben wir denn alles wir haben hier polystyrol drin wir haben hier polypropylen und wir haben hier hdpe das sind so beide geschichten die wir haben ich habe die wichtigsten geschichten mal oder wichtigsten materialien mal hier gekennzeichnet polypropylen und hdpe das finden das sind so diese beiden kurven die man hat 23 und 24 und jetzt kann man sich eben ja gibt es ja noch polyvylidenchloride das ist eben diese geschichte das ist jetzt bei 30 zu finden man sieht hat eine sehr sehr hohe wasserdampfbarriere oder wasserdampf durchdurchdächtigkeit gehe ich jetzt mal bei 100 schaue mich jetzt eine folie nicht einmal 100 müh dann weiß ich bei was sind 24 oder hdpe dann weiß ich kann ich ablesen da gehen 0,4 gramm wasserdampf pro quadratmeter pro tag durch die folie das ist ganz cool wenn man das gemessen hat warum ich kann ja dann berechnen wie viel wasserdampf über die lagerzeit oder transportzeit von mir 50 tage eben durch die folie gehen und 50 mal 0,4 da hätte man eben hier kommt man schon auf ja zwei gramm wasserdampf pro quadratmeter oder zwei gramm wasserdampf denn man muss natürlich auch die oberfläche berücksichtigen also ich müsste jetzt ausrechnen wie hoch ist meine oberfläche bevor ich irgendwas falsches erzähle aber man kann mit diesen werten wenn man die oberfläche kennt kann man eben mit diesen 0,4 gramm pro quadratmeter pro tag könnte man das dann entsprechend mit den tagen multiplizieren und dann muss ich noch wissen wie viel quadratmeter habe ich denn hier an fläche zur verfügung gut also kann man sehr schön rechnen und da haben man sich natürlich überlegt kann man da noch kann man auch noch mit anderen barrieren arbeiten und da sind ein paar auf die idee gekommen das ist schon längere zeit her man nimmt eben hier aluminium und packt aluminium eben auf diese polyethylen folie drauf und ja oder man nimmt als zwischenlehr das ist hier mal getan also man sieht hier das ist die reine pe folie da habe ich eine wasserdampf barriere und was man nehmen kann man kann daraus eine aluminium verbund folie machen das sieht man hier da ist das aluminium allerdings als sandwich zwischen zwei pe folien eingelegt und aluminium wenn es dicht ist da kann kein wasserdampf durchgehen und das kann man hier sehr schön eben in diesem bild erkennen ja warum packt man eigentlich aluminium in die zwischenlage sie können sich vorstellen wenn sie so einen beutel haben und sie wollen den beutel verschließen kann man den natürlich umklappen man kann den umlegen oder aber man kann ihn auch siegel und siegel würde bedeuten dass ich natürlich das polyethylen aufschmelze und darum ist bei dieser variante eben das aluminium in der mitte und wenn ich jetzt zwei aluminium folien habe das wäre jetzt mal die aluminium folie dass die folie 1 und kommt die nächste aluminium folie und wenn ich die beiden jetzt hier zusammen drücke das hier ist ja dann mein polyethylen dann können die im aufschmelzen dann habe ich eben einen verbund okay was wir also jetzt gerade mitgenommen haben die folien beutel die man eben sitzt gerade im verpackungstechnik bereich die sind nicht die haben eine gewisse wasserdampf durchschließigkeit ich kann die wasserdampf durchschließigkeit da kann ich jetzt variieren je nachdem welchen beutel ich da jetzt nehmen welches material ich einsetze ich kann aber ganz großzügig hin kann ein verbundwerkstoff erzeugen nämlich eine aluminium verbund folie und selbst die ist aber nicht ganz dicht weil man natürlich immer an gewissen nähten und übergängen noch eine gewisse wasserdampf durchschließigkeit hat dann hat man sich gesagt hey das ist doch toll man kann das ganze berechnen also und unter dem nächsten kapitel berechnung der trockenmittelmenge dazu nehmen wir uns noch mal eine kleine pause wie gesagt sie haben jetzt nur verstanden polyethylen folie oder kunststoff beutel sind nicht dicht man kann die materialien ändern um die wasserdampf durchschließigkeit irgendwie zu reduzieren und man kann verbund folien einsetzen und wenn man das jetzt alles weiß ich habe trockenmittel beutel ich habe unterschieden materialien die ich einsetzen kann dann bin ich eigentlich in der lage ich habe trockenmittel einheiten den kann ich rechnen dann bin ich in der lage die erforderliche trockenmittelmenge zu berechnen kurze pause wir sehen uns gleich ich hole mir eine kurze tasse kaffee und dann geht es gleich auch sofort weiter bis gleich und dann geht es gleich